Ahem, 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 ahem. Ba-Ba-Boom, da sind wir wieder mit einer Solo-Folge. Liebe Grüße aus Basel wird wahrscheinlich nicht die allerlängste Solo-Folge. Es geht recht viel momentan und das ist ja auch gut so. Einige Auftritte, die wir tatsächlich durchführen, die tatsächlich Menschen ohne Maske, wenn sie wollen, trotzdem mit Abstand schauen können und die Stimmungen sind wirklich bombastisch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es ist schlechter wie vor dem ganzen Co-Schissel, sondern wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen besser. Also es fühlt sich wirklich an wie früher. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das einzige Problem ist eben, dass durch das natürlich die Arbeit auch wieder steigt. Und das ist ein sehr positives Problem. Probleme müssen ja nicht immer negativ sein. Mein Vater hat mir gesagt, weisst du, jeden Tag, wenn ich aufstehe, weiss ich, es kommen Probleme auf mich zu. Aber ich freue mich. Und ich finde es wirklich noch eine gute Einstellung. Darum auf keinen Fall Beschwerden, dass es momentan so ist wie es ist, sondern viel Freude. Warum melde ich mich trotzdem schnell mit einem Solo-Podcast? Weil tatsächlich Menschen wieder Mails geschrieben haben. Und die möchte ich natürlich jetzt gerne beantworten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass jetzt die Mails reinkommen. Sehst du nur, sagt man mal, du gewinnen zwei Tickets. Bleibt übrigens auch so. Einfach die Mails schicken an podcast.joel.ch und dann können wir noch die Mails wieder. Zum Beispiel, das erste Mail. Advertising Offer. Hi! We think your YouTube Channel is very interesting and we would like to use it to promote our new game. Ah, okay. Okay. Dann fällt das nicht. Nächst die Frage. Nächst die Mail. Von der Christin. Lieber Joel, ich wollte heute Mittag deine neue Podcast-Folge hören. Habe bis dahin noch nicht die zweite Folge von How Fake Is Your Love gesehen. Shit, die Sendung habe ich völlig vergessen. Musst du somit pausieren und zuerst die Folge schauen. Das nächste Mal nicht mehr spoilern. Schönes Wochenende und lieber Gruß, Christin. Ah, sorry. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich jemand schaut. Ich meine, ich habe es ja nicht bewusst geschaut. Sonst ist ja dann so gekommen. Was interessiert? Mittlerweile darf man, glaube ich, spoilern sozusagen. Ich kann gerne die letzte Solo-Folge hören, wo ich, ähm, irgendwie bin ich auf diese Sendung gekommen. Und, ähm, ja. Habe ich wirklich vergessen? Shit, jetzt muss ich nachschauen. Christin, schreib mir keine Mails mehr, bis ich nach bin. Sonst würdest du noch spoilern. Gut. Dann haben wir, äh, oh, das ist eine längere Nachricht. Lieber Joel, wie macht man eigentlich diese zwei Punkte über dem E? Das fragen mich viele Menschen. Ähm, ich kann es für mich jetzt direkt sagen, wie man es mit einem, äh, mit einem Äpfelprodukt macht. Nämlich, dort wo man das Ausrufenzeichen drückt, muss man ja normalerweise, äh, wie heisst das? Shift. Shift und dann ein Ausrufenzeichen machen. Jetzt, wenn man kein Shift macht, dann können wir einfach die zwei Pünktchen, und dann kann man das E drücken. Und dann hat man zwei Pünktchen auf dem E. Man kann alternativ auch lange auf das E drücken. Und dann können wir alle möglichen Optionen, mit noch Accent aigü, Accent grave, ähm, und, äh, Circonflex. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich bilank bin. Und, ähm, natürlich gebauten zwei Pünktchen. Das sind Tremor übrigens. Äh, dort kann man sie machen. Sonst weiss ich, äh, ich glaube es ist sogar die gleiche Taste bei, äh, PC-Sachen. Ähm, dein Podcast begleitet mich seit einigen Monaten und hat mich ganz schön reingezogen. Vielen Dank. Ich bin total geflasht, amüsiert, beeindruckt und erstaunt über die vielen tollen und spannenden Lebensgeschichten, die deine Gäste immer wieder präsentieren. Oft sind diese Geschichten ja besser als mancher Film oder manches Buch. Finde ich auch, ja. Diese offenen und lustigen Gespräche haben dazu geführt, dass ich mich in meinem persönlichen Leben tatsächlich auch besser fühle. Wahnsinn. Es ist herrlich, mit euch zu lachen und ich fand sogar etwas Inspiration, um mein tägliches Wohlbefinden zu stärken. Lange dachte ich, ein Psychologe wäre vielleicht gut, aber dann kam der Feelgood-Podcast und BÄM. Das muss ich als Zitat aus schnieden. Wenn ich mal Plakatwerbung mache für den Podcast, dann kommt dafür der Satz. Lange dachte ich, ein Psychologe wäre vielleicht gut, aber dann kam der Feelgood-Podcast und BÄM. Aber ja, ohne Scheiss. Dein Podcast wurde für mich irgendwie Antrieb und Erdung zugleich. Es fühlt sich einfach gut an und ist bereichernd. Bereichernd. Mir geht es ja auch so. Ich sage immer, dass ich den Podcast, wenn ich mit Gästen rede, dann mache ich ihn wirklich auch sehr eigennützig. Wann habe ich schon die Chance, mit vor allem den Menschen, mit denen ich keinen Podcast einladen kann, Wann habe ich schon die Chance, ohne Ablenkung und wirklich gegenüber so intensiv und ausführlich zu reden. Das ist für mich selber auch die grösste Bereicherung. Und wirklich sehr, wie sagt man, einsichtig? Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht, ja. Und dann, und so kam es, dass ich dich nach der Show auf der Toilette des Kollegisaals in Stanz angetroffen habe. Ah, du bist das, alles klar, ja. Ich bin ab und zu noch auf so einer App, das heißt Toilettentreff. Und da kann man schauen, wer so im Umkreis von ein paar hundert Meter auf der Toilette ist. Und dann kann man sich da treffen. Nein, sondern tatsächlich so eine klassische Pissoir-Begegnung gewesen. Also wahrscheinlich schreibt er das selber da gerade. Du dachtest bestimmt, ich sei ein perverser Stalker, der dir dort hingefolgt ist, um endlich mit dir zu quatschen. Stimmt, das bin ich. Aber auf der Toilette kann man einfach am besten reden. Einfach alles laufen lassen, sich entleeren, frei und erlöst sein. Okay, es stimmt, es wäre cooler gewesen, mit dir gemütlich ein Bier zu trinken und zu quatschen. Aber hey, Pissen ist ja gewissermaßen die Perspektive von Bier trinken. Von dem her. Ha, so nun bin ich diese Gefühlsentleerung auch noch auf öffentlicher Ebene losgeworden und hoffe, dass sich aufgrund meiner unhaltbaren Freude viele neue Sponsoren finden lassen. Ha, 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 ha. Geile Serie. Und liebe neue ZuhörerInnen, die diesen Feelgood-Podcast erst entdeckt habt, nein, ich wurde nicht dafür bezahlt, um ein solches Feedback zu schreiben und Joel muss mir jetzt auch nicht unbedingt viele Freikarten für seine Shows zukommen lassen. Es reicht, wenn er an meinem 40. Geburtstag gratis auftritt. Zieht euch den Feelgood-Podcast rein, lasst ihn wirken. In diesem Sinne herzlichen Dankeschön und weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten und Programmen. Peace, Maze aus Stanz. Yes, sehr schöne Begegnung gewesen, liebe Maze, falls du das jetzt auch losest. Es hat zwar auf dem Pissoir angefangen, aber wir sind ja tatsächlich nach dem Handwaschen noch draussen gestanden und haben ein bisschen geschwätzt. Und ja, habe eigentlich eben das ausgetauscht, was jetzt auch hier in der Mail steht. Nämlich, für mich ist das wirklich auch eine sehr bereichende Geschichte. Und ja, logischerweise, wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr auch die anderen Folgen hören. Also, euch empfehlen muss ich es nicht, aber für mich ist klar gewesen, selbst wenn niemand den Podcast hört oder schaut, habe ich persönlich etwas davon. Weil einfach schon nur das Hirn, das klingt jetzt sehr chirurgisch, aber ich meine es auf emotionaler Ebene, das Hirn eines Menschen, den ich in irgendeiner Art und Weise bewundere, was mich fasziniert. Das einerseits ein bisschen zu erkunden, ja, und sich auch einfach auszutuschen und zu merken, wie man auf so vielen Ebenen Gemeinsamkeiten hat. Das ist einfach wirklich schön. Und vielen Dank für die sehr, sehr netten Worte dort und für das tolle Mail jetzt. Dann gehen wir weiter. Nächste Nachricht, liebe Joel. Zuerst einmal vielen Dank für deine Empfehlungen, die du jeweils angibst. Ich wurde gleich hellhörig, als du von Bob Ross erzählt hast. And now we take the brush. Just a little, 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 little. Gleich meiner besten Freundin davon berichtet und haben diese Doku letzten Freitag zusammen angesehen. Was für uns beide sehr beeindruckend, war für uns beide sehr beeindruckend. Sorry. Mein Hirn und meine Augen waren nicht ganz mit dem Mund zusammen schaffen. Und wir wussten selbst, wie das ist, als Laie so etwas Schönes zu malen ohne Vorkenntnisse, da wir im 2019 einen Kurs belegt hatten und selbst ein Bild nach Bob Ross gemalt haben. Wir hatten selbst das Gefühl, wirklich malen zu können. Wow. Mit einem Foto. Let me look. Wow. Das ist ja richtig, das ist ja richtig geil. So ein Wasserfall und Bäume und wow. Das bringt euch jetzt nicht mega viel, wenn ich das so beschreibe, aber es sieht wirklich aus wie ein Bob Ross Bild. Sehr idrücklich. Jetzt noch eine Frage. Ich selbst bin zwar nicht so witzig, wie ich es gerne sein würde, erlebe aber immer wieder, wie um mich herum Freunde, Kollegen das Zeug dazu hätten, weil sie spannend und pointiert etwas erzählen können. Wenn ich ihnen sage, sie seien talentiert und sollen das mal auf einer offenen Bühne ausprobieren, nehmen sie das nie ernst und winken ab. Wie kann ich jemanden dazu bewegen, es doch mal zu versuchen? Du hast schon einige Male erzählt, dass es in deinem Leben Leute gab, die dich in dieser Beziehung gefördert haben. Wie kann ich zu so einer Förderungsperson werden? Liebe Grüße, Isabel. Isabel, vielen Dank für deine Nachricht. Treue Hörerin, Zuschauerin, die gerne schreibt. Das ist eine sehr gute Frage. Also schlussendlich ist es tatsächlich so, dass die Leute, es klingt so blöd, dass sie es WENN wissen sie zum Teil ja nicht, bis sie es gemacht haben. Also ein Paradebeispiel. Hört mal die Folge mit dem Pasquale. Pasquale Stramandino. Pasquale Stramandino, den ich wirklich gezwungen habe. Ja, also der hat keine andere Möglichkeit gesehen. Er hat immer gesagt, nein ich will das nicht, ich will das nicht. Und irgendwann habe ich ihm einfach ganz klar gesagt, an diesem Tag spielst du bei uns, bekommst du den Ball jetzt 10 Minuten. Und so Geschichten gibt es noch öfters. Das klassische, jemand anderes hat mich angemeldet. Jetzt kann man das bei offenen Bühnen übrigens, kann man das auch. Man kann natürlich oben selber einfach aufkreuzen und sagen, hey ich hätte gerne einen Spot. Aber sehr sehr oft ist es, dass man im Vorfeld eine Mail schreiben oder irgendeine Kommentar, wenn es jetzt auf irgendeiner Social Seite ist oder so, und einen Spot reservieren. Und bei offenen Bühnen ist es auch im Normalfall so, dass Menschen, die noch nie einen Spot hatten, Vorrang haben. Also die, die eh jeden Tag alle möglichen Sets spielen, gell Matteo? Die können dann auch mal ein bisschen hinten nachstehen. Und im Normalfall hat es auch wirklich für alle Platz. Also das heisst, jetzt in deinem Fall, liebe Isabel, wenn du das ernsthaft von jemandem das Gefühl hast, dann würde ich dir empfehlen. Einfach mal offene Bühnen im Comedyhaus, an der Rampensau, Casinotheater Winterthur. Es sind so gute Spots, Kontiki in Zürich, von Moritz Schädler neu, Quality Time. Das sind alles offene Bühnen, effektive Comedy-Open-Mics, bis auf die Rampensau. Aber das ist ein sehr wohlwollendes, schönes Publikum in Winterthur. Würde ich wirklich einfach mal ein Datum festlegen und sagen, ich melde eine Person an. Nämlich so und so. Dann das dieser Person sagen, und wenn die Person sich dann absolut streibt, dann würde ich es logischerweise nicht machen. Ja, aber im Normalfall ist das dann so der entscheidende Punkt, wo man dann so wie sagt, okay, entweder ich mache es mal, oder nein, ich will das definitiv nicht machen. Das heisst, das wäre eigentlich die Lösung meiner Meinung nach. Dürfen wir mal die Leute anmelden, sage es ihnen. Vielleicht nicht erst am Tag selber. Also ich würde jetzt nicht so eine Überraschungsgeschichte machen mit irgendwie, hey, ich habe ein mega Programm, wir gehen ins Kino, wir machen das, wir machen das, und dann irgendwann ist es so, übrigens, da trittst du jetzt auf. Sondern ich würde es wirklich mit ein bisschen Vorlauf machen, damit die Leute sich entsprechend vorbereiten können. Wenn du aber eh schon weisst, die Geschichte findest du so lustig, weil eben sie so poetiert erzählt worden ist, dann sagst du, ich habe dich angemeldet, du musst fünf Minuten machen, erzähl die Geschichte. Ich komme mit, ich supporte dich moralisch, ich bin dabei. Und wenn es nichts für dich ist, dann musst du es nachher nie mehr machen. Und wenn es dir gefallen hat, ja gut, dann passiert es von alleine. Das ist eigentlich immer das Schöne an der Comedy. Also es gibt sehr viele Geschichten von Leuten, die auftreten, und das erste Mal nicht so gut funktioniert hat, und sie wollen trotzdem weitermachen. Und umgekehrt, wo das erste Mal Bombe funktioniert hat, darum wollen sie sowieso weitermachen, und beim zweiten Mal ist es dann nicht so Bombe gewesen, dann sagen sie, shit, aber das erste Mal ist es so Bombe gewesen, das muss ich wieder haben. Und dann mache ich sie auch weiter. Ich weiss nicht mehr, wie genau die Geschichte war, aber Trevor Noah ist auch zum Beispiel per Zufall Komiker geworden, weil er an einer offenen Bühne gewesen ist, sehr betrunken war und dann irgendwann einfach auf die Bühne gegangen ist. Ich weiss nicht mehr, ob er mit jemandem Streit gehabt hat, und darum dann auf die Bühne ist, oder ob er effektiv aufgerufen worden ist, oder einfach gefunden hat, ich mache das jetzt. Das müsste ich noch mal nachhören, kann ich dann gerne mal berichten. Aber findet man sicher auch, wenn man mal eingibt, Trevor Noah, first performance, first gig, first set, irgendwie so. So, ich muss mal gesuchen, ja, vielleicht finde ich es da gerade, Trevor Noah, first, stand up, wird schon vorgeschlagen. Ähm, da, hm, 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 nein, vielleicht steht es auf Wikipedia, da kann ja einiges stehen. So, career, he hosted, dropped his radio show, hosted, hosted, hosted. Hm, da steht es nicht. Ja, jetzt findet es natürlich gerade nicht. First, first, ever, stand up, muss man vielleicht genauer eingeben. Sehr spannend für euch, ich weiss. Ähm, about Trevor Noah auf seiner Webseite. Coole Webseite, ich frage mich, ich frage mich, wer schon mal die als Vorbild genommen hat für seine Webseite. Ähm, ähm, nein, ich finde es jetzt tatsächlich nicht, aber ich weiss, dass es schon mehrmals erzählt hat. Und ich weiss, dass er betrunken gewesen ist. Das kann ich schon mal sagen, mehr weiss ich jetzt gerade leider nicht mehr. Aber ich werde es noch herausfinden. Ich mache mir jetzt hier gerade eine Notiz. Äh, äh, Trevor Noah. Nur so als Beispiel. Aber eben, es gibt ganz viele so Geschichten, ähm, wo man eben so ein bisschen unter, unter Zwang es mal macht und es dann effektiv funktioniert. Also funktioniert einerseits, ähm, dass man überlebt hat. Das ist ja oft Angst vor Menschen, bevor sie es gemacht haben. Irgendwie, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Ich weiss auch nicht, man stirbt. Aber das passiert eben nicht. Und wenn man das schon mal realisiert hat, dann kann sehr viel passieren. So, und eine letzte, ähm, ähm, eine letzte Nachricht, die wir haben. Yo, Schöcku. Danke vielmals. Ich habe gerade den Solo-Podcast vom 17.09. gelöst. Das wird der letzte gewesen sein. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für den Lostopf. Nein, nein, es ist noch nicht zu spät. Ich freue mich schon auf deinen Solo in Langetou. Jawoll. Sehr gerne. Eventuell gibt es schon bald mal wieder ein Show zu Hutu im Impro. Ja, Hutwil. Weltklasse. Hutwil. Dort habe ich meinen Kollegen Reto Joost geschaut. Ähm, das, äh, muss unbedingt auch mal irgendwann klappen. Ja. Hutu. Schreibe ich mal gerade auf. Kann man ja mal schauen, wie das klappt. Aber ja, ich freue mich auch auf Solo in Langetal. Ähm, geht noch eine Zeitchen. Aber, ähm, wird auf jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall sicher geil. Weil, äh, die Location ist bombastisch. Old Capitol. Tolle Leute. Äh, Publikum immer super. Äh, einfach geil. Ja. Kannst nicht anders sagen. Gange ja jetzt dann wieder effektiv auf Solotour. Checkt meine Webseite für Daten und Tickets. Wie schon gesagt, es macht riesig Spass. Ähm, alle die Leute, die geschrieben haben, kommen in Lostopf. Ähm, Lostopf. Ausser der Advertising Offer. Das lassen wir weg. Hehehehe. Und, äh, in der nächsten Solo-Folge werde ich dann verkünden, wer von diesen Verlosungen da, weil ich habe die Mails wirklich nicht angeschaut bis jetzt. Also, von diesen Einsendungen, sagen wir jetzt mal. Darum ziehe ich alle die jetzt effektiv in einen Topf. Nächstes Mal werde ich dann verkünden, wer zwei Tickets gewonnen hat. Und hoffentlich haben wir bis dann ganz viele neue Nachrichten. Und die kommen dann in den nächsten Lostopf. Ist wahrscheinlich viel komplizierter erklärt, als es ist. Sehr einfach. Schreibt eine Mail. Podcast at joelvonmutzendbecher.ch Äh, mit Frage, Bemerkung, äh, was auch immer. Und, äh, dann habt ihr auch die Chance auf zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Das war's für den Moment. Freitag kommt eine neue Folge, dann mit dem Aaron Herz. Von den Comedy-Männern, wie sie jetzt da heissen. Äh, mit dem Büssi und dem Schweizi. Und, äh, haben wir schon aufgenommen. Sehr, sehr geile Folge geworden. Ähm, sage ich jetzt nicht einfach nur, weil ich gerade meinen Podcast aufnehme, wo ich Werbung mache für den nächsten Podcast. Sondern auch, weil ihr so eine sehr bereichende Folge seht, effektiv. Vielen Dank, äh, für alle dir, die bis jetzt gelost haben. Wir sind absolut die Heldinnen und Helden. Und, ähm, euch ganz fest lieb. Wir sind wirklich super. Danke auch für alle die schönen, äh, Mails. Und, wir hören uns. Und, g'sehen uns. Bis dann. Piep. Peace. Tschüss. Armenian aprob. F Myers 竟敢 Latex Monkey Frau vis welche ta 者 Gott vis mars 袋